Lieber Shuttle-Boss von Gala.com, was sollen Sie alles beachten? Erstens, tauge mir aus dem Maul. Zweitens, Mütze aufsetzen. Drittens, Brille aufsetzen. Viertens, immer Augenkontakt zu dir ausharren. Und so stehen bleiben wie die Buckingham-Palast-Soldaten, die dort wachstehen, damit ihr Bärenzell mitschen. Nur so kann eine Gala optimal auch bildlich und videotechnisch festgehalten werden. Herzlichen Dank und die besten Weihnachtsgrüße 2008 von Gala.com und Mr. Winmore.